Musik Hey Leute, was geht nicht mal? Willkommen zu einem Video! Guck mal, was wir heute spielen. Was muss ich hier tun? Ich hab keine Ahnung. So, hier sind irgendwie Kugeln und so. Die verdoppeln sich oder was immer. 234 zu 64, okay. Ach, die kann ich nicht mehr nehmen. Nur noch die gleichen hier. Das kann ich hier nehmen. Das grüne kann ich hier nehmen, die Kugel. Und wir kombinieren uns die ganze Zeit, oder was? Die hier kann ich leider nicht berühren. Und zack, was jetzt? Hä? Wie weit roll ich? Guck mal, kommt zur Musik. Was genau? Level geschafft, der Tom! Oh, da reicht jetzt nichts mehr, wenn wir gehen. Ich kann nicht mal Pause machen, hä? Oh, oh, Leute. Ah, ich bin gerade kaputt gegangen, weil ich das berührt hab. Ach so, okay, ich muss hier aufpassen. So, ich hab schon 32. Das brauche ich. 64 brauche ich. So, dann brauche ich die hier. Oha, Leute, diesmal können wir richtig groß werden. Dann guck mal, da vorne ist 1000 irgendwas. Können wir das berühren, oder schaffen wir das nicht? Doch, wir haben es geschafft. Oha, guck mal, wir sind so eine Regenbogenkugel. Hä? Als ob, was jetzt? Kriegen wir kein Geld dazu, oder was, Leute? Irgendwie kriegt alles so... Ah, ich hoffe, dass ich berühren. Ich bin so dumm. Leute, ich muss hier wirklich aufpassen, was ich berühren, was nicht. Ich kann nicht mal Pause drücken, oder so. Es geht direkt weiter. Oh, zack, weiter. Hier, komm, die Kugel hier mitnehmen. Die Map verändert sich auch die ganze Zeit, und so. Sehe ich gerade, ja. Okay, die können wir leider nicht mehr nehmen. Schade, wir konnten kein Regenbogen werden, aber ist auch okay. So, direkt nächstes Level geht los. Leute, wie schnell geht das hier los? Hä, was ist denn jetzt? Hä? Leute, was war das? Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade die ganze Zeit kaputt gegangen. Jetzt brüche ich das, das und das hier. Das Spiel heißt, glaube ich, irgendwie Ballrun, oder so. Der Name vom Spiel steht auf jeden Fall im Titel. So, und zack. Ja, wir haben einen Regenbogenball. Let's go. Der kommt immer ganz zum Ende. Ich weiß aber noch wirklich nicht, was uns das bringt. So, wir kriegen ja nicht mehr Geld, oder so. Dann ist es, glaube ich, bis jetzt okay, einfach ganz normal zum Ziel zu gehen. Hä, warte mal, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe die Kugeln auch verbunden, als ob das geht. Hä, das wusste ich doch gar nicht. Okay, jetzt kann ich leider keine andere mehr nehmen. Aber wenn wir die Kugel kicken, dann... Oha, das wusste ich auf jeden Fall echt nicht. So, weiter geht's hier. Mal gucken, wie schwer die Level noch werden. Ich bin gespannt. Und ob wir gleich noch größer werden können, oder so. Oha, guck mal, wir sind jetzt schon bei 500. Schade, kein Regenbogen. Die Regenbogen finde ich am coolsten. Okay, weiter geht's. Was mache ich hier? Soll ich die da vorne verbinden, oder so? Klappt das? Ich probiere mal, Leute. Komm schon, bitte. Nein, jetzt bin ich noch eine 4. Nein, ich falle hier runter, oder? Lol. Okay, Leute, ich muss ihn, glaube ich, schneller machen. Hier, zack, dann hier rüber. Dann das berühren. Und der ist hier vorne, kann ich auch mitnehmen. Okay, muss man auch sogar nachdenken, Leute. Das wird ja immer schwieriger hier. Was tue ich jetzt? Oh, oh, hier kann ich noch größer werden. Guck mal, wenn ich da gleich nicht groß genug bin, kann ich da runterfallen. Ich muss ja wirklich aufpassen, Leute. Sonst werde ich das Spiel nicht schaffen. Oha. Okay, hier 4, da 8, 16. Okay, hier muss ich nicht viel nachdenken. Das ist doch einfach. Aber Leute, ich mache mir gleich schon Sorgen. Denn ich werde da hier gleich eh nicht irgendwo durchpassen. Ich weiß jetzt schon. Okay, das ist einfach. Das ist ein einfaches Level. Und zack. Guck mal, Regenbogenbälle. Wir haben es wieder geschafft. So, direkt nächstes Level, Leute. Ich kann nicht mehr Pause drücken, Mann. Ich muss hier gerade wirklich die ganze Zeit am Stück hier die ganze Zeit aufnehmen. Hä, was soll ich denn hier bitte tun? Hä? Das war... Oha, guck mal, hier sind zwei Regenbogenbälle gewesen. Nein. Oh, oh. Ich werde nicht mehr größer. Ist, glaube ich, aber nicht mehr so schlimm. Weil wir kommen eh zum Ziel. Und es ist egal, glaube ich, wo wir hier reinlanden. Weil wir kriegen eh kein Geld oder so. Okay, was geht hier ab? Guckt euch, guckt euch mal das hier an. Wie krass sieht das aus? Und jetzt muss ich hier leider durch. Hä? Oh, oh. Leute, was passiert jetzt? Oh, oh. So, das Spiel ist mir doch viel zu wild. Ich spiele jetzt gerade noch wirklich zum ersten Mal. So. Nein, die Kugel habe ich leider nicht mehr bekommen. Aber egal, wir sind jetzt schon bei Level 11. Let's go, weiter geht's. Boah, diesmal sieht die mehr richtig anders aus. Guck mal, jetzt bewegt sich das alles so nach rechts und links. Sieht nice aus. So, das grüne muss ich hier vorne nehmen. So, als nächstes das gelbe brauche ich da vorne. Und am Ziel ist die rote Kugel. Die ist die wichtigste. Oh, Trinkung mal. Ja, Mann. Okay, weiter geht's, Leute. Ihr seht schon da vorne, was sich gleich alles verändert. Komme ich hier durch? Ja. Oha, das war so klapp, Leute. Komm schon, ich brauche noch eine, zwei, dreißig habe ich. Da vorne ist die 64. Nein, ich muss sie berühren. Lass mich die 64. Nein, ich habe die nicht. Aber hier vorne ist noch eine. Alles gut. Okay, Level so oder so geschafft, egal wie groß wir sind. Leute, wann gibt es hier Pause, bitte? Ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht. Oh, oh, was passiert? Leute, die Maps wird ja wirklich immer krass, als fällt ihr alles von oben runter, oder was? Leute, ich verstehe nichts. Hilfe. Aber das ist ganz cool. Ich glaube, jetzt fahren wir irgendwo hoch. Rollen hoch, meine ich. Oh, macht jetzt sicher gar nichts mehr. Okay, wir sind schon am Ziel. Alles gut, Leute. Nächstes Level jetzt. Rollen wir runter, Achterbahn, oder was? Let's go. Ey, Leute, die Entwickler sind ja echt kreativ. Die Map ändert sich gefühlt die ganze Zeit. Richtig nice. So, hier vorne können wir schon zum Regenbogen werden. Wenn wir eine rote Kugel brüllen, komm schon, nur eine brauchen wir. Da vorne. Nein, leider nicht geschafft. Und das ist wirklich nicht so einfach. Aber wenn ihr die App auch mal habt, dann seht ihr das. Es geht einfach direkt weiter. Ich kann hier irgendwie nicht Pause drücken. Boah, guck mal, hier schon wieder die Kamera und die Sicht. Es ändert sich wieder alles. Hä? Ich kann sogar springen, oder was? Ich weiß nicht. Das war gerade irgendwie komisch. So, das, das, das Grüne, das Gelbe und das Rote kommt. Zack. Und Regenbogen wieder geschafft. Okay, das Level sieht endlich mal wieder normaler aus. Hier kann ich, glaube ich, gechillter spielen. Boah, das war gerade echt so anstrengend. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Was alles auf einmal neu dazugekommen ist und so. Neue Kamerafahrt und so. Okay, was jetzt? Ich kann hier, glaube ich, nichts mehr nehmen. Schade. Wir sind jetzt schon bei Level 17. So schnell, Leute. Wie krass sind wir heute? So. 16. Können wir hier vorne die verbinden? Ne, hab ich nicht geschafft. Oh, hier. Das wird, glaube ich, wieder einfach, Leute. Guck mal, jetzt kann ich hier einfach zum Grün, zum Gelben. Hä? Und wie komme ich da zum Roten? Komme ich da überhaupt hin? Nein, ich hab's. Ja, ich hab's noch hinbekommen. Habt ihr es gesehen? Also, Leute, einfach hier den Profi am Werk. Ihr seht es richtig. Oh, was mache ich hier? Nein, noch nicht mehr, Profi. Ich nehm's zurück, Leute. Oder bin ich denn noch? Ich hab's wieder, glaube ich, gut hinbekommen. So, jetzt die Grüne. Bla, äh, die Gelbe. Komm schon. Nice. Und jetzt einfach nur noch zum Ziehen. Ah, nein. Ich dachte, wir wären noch Regenbogen, aber wir haben's leider nicht geschafft. Okay, was ist hier wieder los? Schon wieder so ein Level? Hehe. So, hier muss ich hier einmal nach links und dann nach rechts sofort. Ähm. Ja, oder auch so hat geklappt. Ey, Leute, man hat viel zu wenig Zeit. Man kann nicht mal richtig nachdenken, was passiert. Und Regenbogen, let's go. Als Regenbogen ist man auch richtig schnell, hab ich gerade gesehen. Können wir es vielleicht schon schaffen, hier Regenbogen zu werden irgendwie? Aber ich glaub, das wär ultra schwer. Ja, wie soll ich das jetzt schon hinbekommen? Ist, glaub ich, noch unmöglich hier. Aber hier sind wir jetzt wieder Regenbogen und let's go. Was? Wir sind schon bei Level 21, also ob. Okay, Leute, mal gucken, wie lange ich das hier aushalte. Mal gucken, wie weit ich hier kommen werde in dem Spiel. Aber bis jetzt ist es doch nicht zu schwer. Aber ich warte, die nächsten Level, die werden so hart. Hehe. So, komm schon, was kann ich hier tun? Ja? Nein. Oh mein Gott, Leute, was mach ich? Nein. Jetzt bin ich noch eine 16. Okay, ich kann hier zum Glück weiterrollen. Richtig gut. So, da brauch ich die 32. Ja, 100 hab ich genommen. Nein, guck mal, wie klein ich bin. Ich werd jetzt schon echt schlechter. Ich glaub, jetzt kommt schon der Punkt, wo die Maps richtig krass werden. Bitte, Leute, ich will es schaffen in dem Video. Komm schon. Oh, da vorne, wir können wieder Regenbogen werden, glaub ich. Ja, ich glaub, diesmal werden wir sogar... Nein, ich bin so dumm. Warum? Ja, komm, wir gehen einfach runter. Hehe. Ich kann eine Schleusel von neu machen. Aber wir werden früher Regenbogen geworden. Ich will sehen, ob wir dann Speed bekommen oder so. So, und diesmal passe ich hier auf, was ich hier nehme. So, und direkt nach rüber. Nice, geschafft. Okay, jetzt sind wir Regenbogen. Ja, aber das ist, glaub ich, echt schneller, oder? Ich glaub, mir kommt das nur so vor. Oh, das ist, glaub ich, wirklich so. Oha, guck mal, hier kann man schon Regenbogen werden. Hä, aber wie? Wie soll ich das denn bitte machen, hä? Das war, glaub ich, doch nicht möglich, oder? Ja, Leute, guck mal jetzt an. Guck mal, wie ich hier zum Ziel komme. Mit einer 16. Hehe, als ob. Leute, das geht besser. Oh, ich glaub, hier können wir Regenbogen werden, oder? Komm schon. Und zack. Nein, leider nur 1000. So. Ähm, jetzt bin ich, glaub ich, zu klein, oder? Komm ich doch hier rüber, bitte? Ja, mit einer 4, ah. Nice. So, jetzt kann ich aber wieder Regenbogen werden. Und geschafft. Easy. Nicht bedroht. Ähm. Egal, Leute, ihr wisst ja, es macht so oder so keinen Unterschied, welche Farbe man am Ende hat. So, aber okay, lasst jetzt hier noch Level 26 machen. Vielleicht das nächste noch angucken. Aber ich glaub, es ändert sich jetzt nicht mehr so viel, krass, oder? So, wir haben es wieder geschafft. Lass mal hier jetzt noch mal gucken. Okay, die Zoom-Maps hatten wir schon jetzt ähnlich. Ja, aber die schaffen wir auch noch hier ganz locker, glaub ich. Da vorne 200. Nein, ich wollte nicht rübergehen, Leute. Es lag in meinem Bildschirm, wirklich. Oh Mann, ich hätte es eigentlich schaffen können. Ich bin so dumm. So, hier noch Level 28. Okay, das geht auch endlich mal wieder nach oben. Endlich mal wieder ein bisschen anders. Aber, Leute, so an sich. Nein. Richtig cooles Spiel auf jeden Fall. Wenn ihr es auch spielen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst da, Mutter. Und dann würde ich sagen, Tschüss.